Hallo ich bin's der Matthias und heute gibt es mein sechstes Unboxing Video und das wird sehr umfangreich, denn ich bekomme heute sechs neue Mitbewohner und lasst euch überraschen was da alles dabei ist. Das wird ziemlich spannend. Ok dann machen wir das Paket mal auf. Das ist dieses mal übrigens von Pet Factory. Ich glaube das kennen einige von euch schon. Habe ich gestern bestellt und ist heute schon angekommen. Super Service. Ok dann schauen wir mal was sich da unter dem Steropro befindet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018